Hallo zusammen zum heutigen Linux-Tipp. Im heutigen Linux-Tipp unterhalten wir uns über DNF und YAM. Bei Red Hat-basierenden Systemen wird mittels DNF oder YAM das System erweitert. Das heisst, wir können zusätzliche Pakete installieren über die sogenannten Online-Repositories. Bei Debian-basierenden Systemen verwenden wir beispielsweise den Befehl apt oder apt-get. Jetzt gibt es aber immer eine kleine Verwirrung zwischen, ja ist es jetzt DNF oder ist es der Befehl YAM, den wir verwenden. Lassen Sie uns in diesem Video der Sache auf den Grund gehen. Ich befinde mich hier auf meinem Rocky Linux-System. Wenn wir bei einem Red Hat-basierenden System ein Paket installieren möchten, dann können wir beispielsweise zuerst mit sudo arbeiten und dann YAM und dann zum Beispiel install und dann der Name des Pakets, zum Beispiel tree. Jetzt aber, ist es nun YAM oder ist es eben doch eher DNF? YAM steht für Yellow Dog Update Modifier und DNF steht für Tandified YAM. Hm, das hilft uns aber jetzt auch irgendwie nicht weiter. Also, lassen Sie uns das Ganze nun Schritt für Schritt erkunden. Wir verwenden WITCH und dann Abstand DNF. liefert uns einen Pfad zu slash user slash bin slash DNF. Dann verwenden wir WITCH, Abstand YAM. Ich hätte das übrigens auch mit einer Linie durchführen können und zwar werde ich es Ihnen gleich zeigen. Wir sehen WITCH YAM liefert den Pfad slash user slash bin slash YAM. WITCH DNF liefert den Pfad slash user slash bin slash DNF. Jetzt möchte ich mit ls Abstand minus l das Ganze erkunden und zwar gebe ich jetzt an slash user slash bin slash YAM. Und, aha, es ist ein symbolischer Link zu DNF minus 3. Also slash user slash bin slash YAM ist nichts anderes als ein symbolischer Link zum eigentlichen Befehl DNF minus 3. Jetzt Pfeiltaste nach oben, um den letzten Befehl zu wiederholen. Jetzt geben wir hier am Schluss ein DNF anstelle von YAM und, aha, DNF ist nichts anderes als ein symbolischer Link zu DNF minus 3. Und jetzt will ich Ihnen zeigen, wie Sie das Ganze in einer Linie hätten untersuchen können. Und zwar mit ls Abstand minus l. Dann verwenden Sie das Dollarzeichen, dann die Klammer. Hier schreiben Sie hin WITCH, Abstand DNF und schliessen die Klammer. Das, was wir hier zusammenbauen, ist eine Subshell. Das heisst, es wird zuerst dieser Befehl ausgeführt. Der Inhalt von diesem Befehl wird an ls Abstand minus l übergeben. Drücke die Enter-Taste und Sie sehen das Resultat. Und wenn wir DNF durch YAM ersetzen, dann sehen wir auch hier das entsprechende Resultat. Also, wir können einmal festhalten, DNF und YAM referenzieren auf den Befehl DNF minus 3. Das bedeutet, wenn wir jetzt angeben WITCH, bzw. richtig schreiben WITCH, Abstand DNF minus 3, erhalten wir den Pfad. Und wenn wir ls Abstand minus l verwenden und dann Escape und Dot ein paar Mal wiederholen, jetzt haben wir den richtigen Pfad. Jetzt geben wir hier am Schluss an minus 3. Oh, jetzt habe ich da was Falsches gedrückt. Ctrl-C, um das Ganze zu unterbrechen. Also, untersuchen wir das Ganze nochmals. Ich wollte da mit WITCH arbeiten, um den entsprechenden Pfad zu untersuchen. Lassen Sie uns den Bildschirminhalt aufräumen, damit wir das besser sehen. Also, wir haben gesagt, WITCH, Abstand, DNF minus 3. Jetzt erhalten wir den Pfad. Geben wir den Pfad ein, damit wir keinen Fehler bemachen. ls Abstand minus l slash user und dann slash bin und dann slash DNF minus 3. Und Sie sehen, das ist kein symbolischer Link mehr. Das ist jetzt der eigentliche Befehl, den wir hier verwenden. Wir können zum Beispiel auch folgendes einsetzen, und zwar type und dann geben wir an type dnf minus 3. Und wir sehen, dnf minus 3 ist slash user slash bin slash dnf minus 3. Okay, auch das keine Überraschung. Jetzt verwenden wir noch File und dann geben wir an Escape und Dot. Wiederholt das letzte Argument und das war das falsche Argument. Ich wollte da den kompletten Pfad, also File und dann Escape und Dot, Escape und Dot. So, und jetzt sehen Sie, was dnf 3 in Tat und Wahrheit ist. Es ist ein Python-Script-ASCII-Text-Executable. So, jetzt um das Ganze nochmals festzuhalten. Egal, ob wir dnf verwenden, um ein Paket zu installieren oder yam, schlussendlich, was im Hintergrund verwendet wird, ist dnf minus 3. Das bedeutet, wir können mit sudo arbeiten, dnf Abstand install, Abstand minus y, um keine Fragen zu beantworten. Und wir installieren das Paket Tree. Drücke die Enter-Taste und Tree, wenn nicht schon vorhanden, wird installiert. Ist jetzt der Fall. Ctrl und L, um den Bildschirminhalt aufzuräumen. Oder wir sagen sudo Abstand dnf Abstand install Abstand minus y und dann können wir ein anderes Paket angeben. Oder eben, wir ersetzen dnf durch yam, sudo Abstand yam Abstand install Abstand minus y und wir installieren den Editor vim, wenn er nicht schon installiert ist. Sie sehen, das funktioniert ebenfalls. Egal, wenn wir mit Red Hat basierenden Systemen arbeiten, um ein zusätzliches Paket zu installieren, können wir yam oder dnf verwenden. Beides funktioniert, weil es schlussendlich ein symbolischer Link ist auf das eigentliche Python-Script, nämlich dnf minus 3.